Hallo Zuschauer, mein Name ist Tiatin Romm und heute mal ein spontaneres Video. In diesem Video geht es um Kontraktions- und Expansionsphasen. Damit rede ich von Seitwärtsphasen und trendige Phasen und das Ganze wird ziemlich geldorientiert, würde ich schon sagen. Das heißt, wenn du dir das Video auch im gesehen hast, dann wirst du hoffentlich einiges mitnehmen können. Die Sache ist, dass die Bibel sagt, dass alle Menschen miteinander verbunden sind. So wie auch andere Religionen, aber ich glaube an Jesus sehr stark, deswegen interessiert es mich nicht, was andere Religionen sagen. Und die Sache ist, dass beim Trading vor allem sämtliche Märkte, ich rede vom Euro, S-Dollar, S&P 500, Rüssel 2000, sogar die Kryptowährungen. Kryptowährungen sind dementsprechend ungekoppelt, aber trotzdem gibt es da gewisse Market Maker, die da aktiv sind oder gewisse Firmen, die auch diese Märkte bewegen. Aber wir lassen jetzt mal die Kryptos außen vor. Wir reden jetzt grundsätzlich von Future-Märkten und Forex-Märkten. Und die größten 500 Unternehmen der Welt oder sogar der DAX, die 30 größten Unternehmen, die sind gekoppelt zum Euro oder zum US-Dollar. Das heißt, wenn du siehst, dass Gold steigt oder Silber steigt oder eines der größten Unternehmen wie Apple, Tesla, die in diesen Aktienpaketen drinnen sind, dann geht das andere Paar oder Währung, was dagegen gekoppelt ist, geht in die andere Richtung. Damit will ich sagen, Gold geht hoch, Euro, S-Dollar geht runter. Gold ist eine Seitwärtsphase drinnen, Euro, S-Dollar wirst du auch sehr oft dann in einer Seitwärtsphase auch drinnen sehen. Was ich damit sagen möchte, ist zurück von dem, was ich gesagt habe, dass alle damit verbunden sind. Das hat nicht nur was mit dem Trading zu tun, sondern von der arbeitstechnischen Perspektive, was du auch immer da draußen machst, von der beziehungstechnischen Perspektive und von dir innen selber. Es ist so, dass meistens, wenn du eine schwere Phase in eines der Bereichen durchgehst, dass andere diese Phasen auch durchmachen. Es gibt manchmal gewisse Phasen, da gehst nur du gerade durch und bei anderen geht es gut, aber in den meisten Fällen, achte mal darauf, dann wird dir auffallen, dass andere auch da durchgehen, vor allem beim Trading, vor allem, weil das alles so stark miteinander gekoppelt ist. Ich glaube sehr stark daran, dass deswegen auch die Gedanken dabei auch gekoppelt sind und das ist auch so. Es gibt auch Gedankenmanipulationen auch am Markt. Und da muss ich herausstellen, ob du jemanden bist, der negativ darauf reagiert oder positiv. Und es ist sehr wichtig, darauf positiv zu reagieren und zu verstehen, wie man damit umgeht, um davon profitieren zu können. Also ich rede hiervon, nicht einfach nur positiv oder sonstiges. Wir müssen einmal zurück zum Kern gehen. Und zwar, wir Menschen sind ja dafür geschaffen, zu schlafen, zu multiplizieren, zu jagen und dementsprechend zu ernähren. Und danach fangen wir wieder an zu schlafen. Also es ist ein kleiner Kreislauf. Dazwischen ist dann auch, dass wir auch noch anfangen, auch noch anderen Leuten zu dienen. Zu dienen im Sinne von anderen Leuten zu bereichern, andere Leute glücklich zu machen, Häuser bauen zum Beispiel. Und das ist alles. Das ist der Kern von der Menschheit. Und wenn wir an diesen Rechner dran setzen und wir sind am traden, dann darf es oft sein, dass wir das vergessen. Und das sollen wir nicht vergessen, weil wir sollten uns immer daran erinnern. Die Lösung bei dem Ganzen ist, dass es darum erstmal geht, dass du physisch dich selber aufbaust. Dass du selber die Person wirst, auf die du dich selber verlassen kannst und auf die du selber ein Anschaubild zu haben. Also ich meine damit ein eigenes Vorbild. Wie auch Markus Aurelius gesagt hat, es geht darum, gerade aufzustehen, anstatt sich gerade zu machen. Damit würde ich sagen, dass du, wie du jetzt gerade bist, alles hast, deine bestmögliche Form zu erreichen. Es geht grundsätzlich immer um die Gemeinschaft an Menschen. Der Mensch war noch nie ein Einzelgänger. Im Internet siehst du sehr oft, dass es da solche Einzelgänger, Besonderheiten oder andere Dinge gibt. Und wenn du dich mal ganz genau darüber reinliest, über diesen Sigma heißt das, dann darf dieser Sigma auch eine dementsprechende Behinderung für die anderen Leuten auch sein. Das heißt, er reagiert sehr emotional. Aber eigentlich, wenn man sich mit der Bibel befasst und auch mit den anderen Dingen, mit dem Stoic, S-T-U-I-C, gerne mal darüber lesen, Markus Aurelius, ist wirklich eine tolle Sache. Dann geht es darum, dass du gewisse Werte hast, unabhängig davon, wie du dich fühlst. Das ist genauso mit dem Trading. Wenn man mit dem Trading Geld verdienen möchte oder wenn man physisch besser sein möchte, dann muss man auch dementsprechend sich an den Rechner sitzen oder ins Fitnessstudio gehen oder diese dementsprechende sportliche Aktivität machen. Und nur, weil man sich schwach fühlt oder weil man jetzt gerade fühlt, dass jetzt gerade diese Kontraktionsphase da ist, dass man jetzt heute kein Geld verdient, es ist nur ein Gedanke. Du musst es selber sehen. Man muss es selber sehen. Man muss diese Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Bei mir ist eine Regel, auch wenn es eine Kontraktionsphase geht, trotzdem ab und zu mal einen Trade machen. Weil manchmal, da siehst du, dass es da diese Kontraktionsphase gibt. Dazu gibt es hier ein Video auf dem Kanal. Und auf einmal kommen 4.000, 5.000 Dollar raus mit einem Trade, weil man dann einfach sieht, auf einmal schießt er doch in die Richtung. Weil man dann trotzdem gesehen hat, dass es trotzdem eine einfache Zeit war. Manchmal, da fühle ich mich selber schwach. Als ob ich, ich habe damals zum Beispiel beim Brustrücken im Fitnessstudio, ich habe damals mit 5 Kilo, 10 Kilo angefangen, habe ich kaum geschafft. Jetzt schaffe ich 65, 70 Kilo mit der Brust. Und ich habe Tage, da denke ich auch, schaffe ich nicht. Weil ich immer noch im Kopf habe manchmal, dass ich nur noch 15 oder 30 Kilo schaffe. Oder beim Traden, dass ich nur noch, ja, immer noch bei 3 Kontrakte bin oder 2. Aber trotzdem hat es dann geklappt, in der Side-Wert-Zase 7 Kontrakte ziemlich gut reinzuknallen. Ich will damit einfach sagen, dass es unabhängig davon, wie du dich fühlst, dass es wichtig ist, dass man es trotzdem macht. Und das kommt von der inneren Energie. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist es, dass du dich physisch dementsprechend aufbaust, weil du Energie dir selber geben musst. Und wenn du noch nie dich richtig ernährt hast oder dementsprechend für deine Gesundheit gesorgt hast und diese Energie nicht hast, dann wird es hier auch nichts richtig langfristig. Weil du musst dir vorstellen, wenn es um 50 oder 70 oder 100.000 Euro geht, mal im Jahr, grundsätzlich, oder auf unbestimmte Zeit, dann fängt man nicht an, mit 10 Euro zu traden. Dann fängt man an, 300 Euro, 700 Euro für einen Trade zu riskieren und es geht auch hier rauf, auf die Pumpe. Das musst du abkönnen und das ist bei jedem so und das ist stressig. Das ist immer stressig, wenn man was erreichen möchte. Der Mensch hat diesen Trieb und er braucht immer ein Ziel. Deswegen, und wenn es jetzt heißt, ja, es geht hier nicht ums Geld oder Sonstiges, doch, das tut es. Also, es ist wichtig, man hat ja die Familie, man will ja natürlich zu der Familie sagen, ja, so ein Mann, ich kann dir das Spielzeug kaufen, ja, so ein Mann oder die Frau, wir wollen in den Urlaub gehen, wir können ins nächste Haus einziehen oder dementsprechend, was auch immer das Ziel ist, diese Sache Ja sagen zu können. Man braucht diese Ziele. So, nachdem man diese physische Aktivität mit sich aufgebaut hat, und man kann auch währenddessen auch das mit dem Trading auch noch sich aneignen. Deswegen finde ich es so wichtig, in einem Demokonto zu sein. Ich habe festgestellt, Leuten, denen ich das beigebracht habe, dass sie mir weggebrochen sind, weil sie nicht diese Energie hatten. Und deshalb ist wichtig, dass einem das bewusst ist. Das andere ist dann, es gibt etwas, und zwar, darum geht es darum, dass, nachdem du dich selber aufgebaut hast, du wirst sehr viele arrogante Trader finden. Die werden die ganze Zeit sagen, und ich war auch auf diesem Niveau, da habe ich auch gesagt, ach, guck mal den Kerl da an, das ist eine Side-Werts-Phase, wieso tradet der da? Ich habe es ihm doch gesagt, der soll doch nicht traden. Ich habe ihm doch gesagt, der soll sein Chancenrisiko fehlen, das bei 1 zu 3, 1 zu 5 machen, weil es mathematisch uns nicht aufgeht. Ich habe ihm doch gesagt, ab minus 20.000 Euro wird man dementsprechend ziemlich zerfetzt hier in der deutschen Sache bezüglich Steuern. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, 1 zu 5 zu haben, 15 Trades, 30-prozentige Trefferquote, das heißt, auf 15 Trades 100 Euro Risiko sind 1.500 Euro, und die hat man dann verdoppelt, indem man diese 30-prozentige Trefferquote hat. Aber eine 30-prozentige Trefferquote ist minderwertig. Also, wenn du eine 50-prozentige 60-70er hast, dann machst du mit 1.500 Trades 15 Trades, machst du 3.000, 4.000 Euro. Aber unabhängig davon, keine Anlageberatung, ist mir auch ganz wichtig, das ist ein Fakt, das sind Statistiken, die teile ich auch über das andere Video. Es geht grundsätzlich darum, dass auch Menschen dazu geschafft sind, eine Gemeinschaft zu haben. Und wenn du dich fühlst, dass du Respekt haben möchtest, dann fang an, andere Leute zu respektieren. Wenn du dich fühlst, dass du gehasst wirst und Liebe brauchst, fang an, Liebe rauszugeben. Genau deswegen gibt es eine dementsprechende Gemeinschaft. Wenn du sagst, du hast eine schwere Zeit in der Seitwärtsphase und da geht es ins Trading, dann ist es auch wichtig, dass du dich auch damit mit Leuten zusammenfährst, dass du darüber auch sprichst. Fang an, über deine Probleme zu sprechen, weil ich sehe so viele Trader im amerikanischen Raum, auch dementsprechend auch im deutschen Raum, die ich ab und zu auch treffe, die sind da oben von sich selber. Aber die nächste Etage und sehr negativ sogar, weil sie einfach nicht verstehen das oder nicht sagen können wie, ach, weißt du was, die Person da, die ist ja unwissend und ich war auch damals auf diesem Stand. Und dadurch, dass ich dieser Person helfen konnte, dadurch, dass ich meine Probleme dieser Person mitteilen konnte, konnte ich deren Probleme lösen und meine eigenen auch. Das nennt sich auch Karma. Alles, was du rausgibst, alles, was du anziehst über YouTube, Instagram oder TikTok, alles, was hier reingeht und rausgeht, kommt wieder zurück. Und dementsprechend alles, was auch hier reingeht, über YouTube, Instagram und so weiter, dementsprechend, da wirst du auch ein dementsprechendes Resultat haben. Deswegen sage ich auch gerade über diesen neueren Videos, wie gerade erwähnt, wenn man gerne physisch besser sein möchte, muss man auch dementsprechend einplanen, dass man ein Workout macht. Wenn man Trading, Geld verdienen möchte, muss man auch nachsehen, dass man dementsprechend sich auch in den Rechner sitzt und dann eine dementsprechende, geldeintreibende Aktivität macht. Alles, was du machst, die Angewohnheiten, müssen mit dem in einer Linie sein. So, in einer Linie, mit dem, was du haben möchtest. Jeder, der da ist, wo er ist, ist da, weil er gewisse Aktivitäten macht über diesen dementsprechenden Zeitraum immer wieder. Oder er hat diese dementsprechende Aktivität gemacht, je nachdem. Wenn dich das interessiert mit dem Trading, einfach auf jt.rom oder hier unter dem Video findest du einfach meine Handynummer. Schreib mir eine SMS oder über WhatsApp. Ich schaue gerne nach vorne, dir nach vorne zu helfen. Und ja, wie schon gesagt, diese Gemeinschaft ist ziemlich wichtig, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben. Es ist nicht genug, einfach zu sagen, ich habe jetzt hier ein paar Bücher und jetzt fange ich an zu traden. Das funktioniert nicht. Du musst die Prinzipien vom Trading verstehen. Chance-Risiko-Verhältnis, Quantität und Trefferquote. Und dann musst du verstehen, wie das Ganze funktioniert. Du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach lostraden und denken, dass es profitabel funktioniert. Das Ganze darf ein Genickbruch werden. Es gibt sehr viele kostenlose, gute Informationen über den Kanal. Ich gebe mein Bestes hier, dass du darüber schon ziemlich gut Erfahrung sammeln kannst. Aber wenn du es richtig machen möchtest, dann melde dich bei mir. Und dann sparst du dir einen Haufen Nerven, Geld und Zeit. Vor allem an der Börse ist das Geld ziemlich schnell weg. Die Risiken solltest du kennen. Von ganzem Herzen und alles Liebe. Wenn du irgendwas hast, lass es mich wissen. Ich bin da. Gute Trades. JTR. JTR.